Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle-Story. Ja, wir sind jetzt mittlerweile dabei, die zweite Schicht aufzutragen hier. Und hier das letzte Fitzelchen. Und ja, ich glaube am einfachsten ist es wirklich, wenn ich den Bereich hier schon mal bis nach oben auffülle. Da muss ich nicht mehr um diese Ecke denken. Reicht ja, dass es A-Track gibt. Oh, die kommen von hier oben. Um alles schön auf eine Ebene zu bringen. Ja, unsere Steinvorräte sehen doch heiligermaßen in Ordnung aus. Hier wird gut geschafft. Entschuldigung. Okay. Okay, das müssen wir erstmal nicht verlassen. Hier ist auch noch ein bisschen zu füllen. Was ist eigentlich hier passiert, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Nachher alles eine Ebene. Sehr schön. So, hier läuft alles. Ihr arbeitet auch ordentlich im Augenblick, oder? Na du suchst doch Steine weiter unten. Ja, da gibt es noch zwei kleine Pinselchen zum abbauen. Ich bin hier, Schatz. Jetzt kommt es an der Blech. Es ist eine Tochter, die in der Blech. Ja, da gibt es so viele Dinge. Also, ich bin hier. 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 Ja, die leider Ich werde den Stockpalz wahrscheinlich auch abreißen, dass ich hier schön rüberkomme. Ich werde auch die zweite Line mal gucken. Hauptsache wir haben genug Platz für Steine. Da werden wir doch jede Menge gebraucht. Oh, ihr seid hier jetzt mittlerweile fertig. Na, ich habe zu viel des Guten. Ich gehe hier drüber, hab doch ein bisschen... Ich gehe hier drüber. 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 Weiter auf. Ich gehe hier drüber. Nein, nein, nein. Ich gehe drüber drüber. yes Oh! Die machen tatsächlich schon Löcher hier in... Die sind ziemlich löchrige Angelegenheiten echt. So, wie sieht's hier aus? Sieht gut aus. So, machen wir das mal so. Hier fehlt noch ein bisschen. Und ja, leider aktualisiert sich die Karte da oben nicht. Was vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt wäre. Die zeigt immer noch die Größenverhältnisse, also die Höhenverhältnisse an. Dass hier die beiden Berge sind und alles. Und hier halt das Tal. So, wie sieht's hier aus? So, wie sieht's hier aus? Oh, ihr seid jetzt hier drüben fertig. Gut. Ah, nicht so hoch. So hoch. Gut, dann werden sie hier oben ein bisschen abtragen. Aber... Ist ja nicht so schlimm. Gut. 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 Vielen Dank. Was ist das? 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 Was ist das?